jetzt noch mal für die videoaufnahme guten morgen schön dass ihr den weg gefunden habt um diese uhrzeit ich weiß es ist hart worum geht es gentry 5 ich habe das ding bewusst genannt journey beyond page bilder der page bilder ist in aller munde ist das aktuelle thema im web weil ist ja drag and drop zieh den kram rein es gibt vor und nachteile dieses konzept und es gibt ein joomla workflow so ein grundkonzept wie joomla aufgebaut ist welche vorteile das hat oder nachteile hoher besuch das orga team und da werden wir darauf eingehen da habe ich hightech und funktioniert nicht muss sogar noch manuell umschalten ganz kurz zu mir das bin ich also auch warum das bild da drin ist gestern hatte ich einen grund dafür heute einfach nur weil ich zu faul auszutauschen holger kremers in meinem business bin ich eigentlich hauptsächlich projekt manager das heißt ich organisiere viel ich baue projekte auf steuere die und macht viel vertrieb aber mache auch selber viel webseiten grafik design also ich bin so meine frau hat mir immer so einen zettel geschenkt da stand drauf ich habe von nix wirklich eine ahnung aber ich bin unglaublich leidenschaftlich und ja mit joomla beschäftige ich mich seit es mambo heißt oder also so und mache aktuell wirklich extrem viel im verbund projekte die verschiedenste facetten haben von events über über großprojekte wo eine firma komplett neu aufgestellt wird von der webseite ein bisschen zur messe stand alles neu und da mache ich halt extrem viel kommunikation man kennt mich ich rede gern klartext auf der fresse wie man so schön sagt ein vorteil ist dass ich aber auch eine fremdsprache beherrsche es ist eine fremdsprache für mich das ist diplomatisch das geht das funktioniert einigermaßen auch in schrift und und wort aber nur im notfall also erstmal klartext von daher so wer tafel dienst wer macht nachher die tafel sauber weil ich gehe jetzt an die tafel page building oder oder site building dazu muss man sich erstmal damit beschäftigen was ist einer der größten vorteile des joomla systems im gegensatz zu anderen systemen was wir nachher haben in der webseite ist das hier das soll rauskommen gucken wir uns mal ein system an wie zum beispiel wordpress was macht wordpress wordpress macht alles hier drin das heißt egal was ich da mache die schreiben das da rein und deshalb gab es im wordpress universum relativ früh dinge wie page bilder weil die müssen ja alles da rein kriegen und die müssen das ja irgendwie da auch gestalten und wenn du jetzt nicht gerade der der crack in css und html bis ist es schwierig wie geht es mit diesem floating und wo soll das hin und wieso ist ein bild jetzt da was für eine kacke und deshalb haben die angefangen systeme zu bauen mit denen ich das zusammenstricken kann was ist jetzt der vorteil im junior universum template den begriff kennt ihr wir haben ein template system was das design steuert und dieses template system hat einen immensen vorteil wir haben wir haben inhalt in dieser seite aber dieser inhalt besteht aus vielen komponenten das heißt wir haben sehr flexibel inhalts typen der grund typ also der grundinhalt ist der sogenannte beitrag den kennen wir also das wo wir den text rein schreiben und wo wir ein bild rein machen gegebenenfalls dass das ist jetzt sag ich mal so grundsätzlich ja okay dass es den gibt aber so eine webseite hat ja auch den anspruch dann noch nicht auszusehen und eventuell den den platz den ich für den text hier habe außenrum noch mit mit anderem content zu füllen das können bilder sein dass keine box sein wo die neuen die nächsten termine sind für meine veranstaltung dass das kann sein dass da das bild von der tante maria und dem kleinen klaus drauf ist der jetzt im verein gerade neu eingetreten ist oder 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 und dazu hat jumla das modul system mit seinen positionen das heißt wir haben im system bereiche wo wir etwas rein laden können und wir genau bestimmen können was denn genau an dieser position soll und vor allen dingen auch wann unter welchen voraussetzung kommt da irgendwas hin also ganz konkret ich habe hier meine termine termine muss man nicht lesen ihr merkt euch das ich habe hier meinen beitrag und hier habe ich das bild vom kleinen klaus und dann kann ich dem system sagen pass mal auf also auf der ersten seite will ich das bild von kleinen klaus haben auf deutsch auf der englischen seite musste das bild vom kleinen peter rein und auf der unterseite will ich das gar nicht haben da muss das bild von dem kleinen süßen katzen baby rein weil das ist meine landing page und da ziehen katzenbilder immer und dieses system hebt uns eigentlich von vielen anderen systemen ab wir haben sehr flexibles inhaltssystem wir können das genau bestimmen jetzt ist es natürlich so dass der otto normalanwender mit diesem modul system auch teilweise überfordert ist und vor allen dingen ist das ja und so war es eigentlich in der geschichte starre das heißt wenn ich mein template programmiere sag ich eigentlich genau hier ist das modul da ist das modul da ist das modul und ich gebe den verhaltens regeln mit wie es sich verhalten soll wenn die seite so breit ist oder so breit responsive web design soll flexibel anpassbar adaptiv sein all diese dinge gebe ich in der template programmierung mit aber wir kennen das alle aus der realität egal ob mit dem kunden oder mit uns selbst wir haben diese positionen festgelegt und jetzt denken wir da muss was hin also dieses geile katzenbild das muss jetzt auch auf die erste seite und das muss links daneben aber jetzt ist mein template ja so strukturiert dass da nichts ist und das kacke ich will da was haben jetzt sind wir früher hingegangen haben gesagt okay dann fassen wir dieses template an und bauen es um also das machen die nerds die anderen sagen ich guck mal ob es ein anderes template gibt kann man sehen wie viel wo die modul positionen sind ja da ist eine position das nehme ich hat eine scheiß farbe und dann fängst du wieder an rum zu stricken oder wenn du anfängst ein template umzubauen dann musst du auf einmal wieder all diese responsive funktionen anpassen wie verhält sich denn dieses blöde ding wenn es jetzt dann die seite kleiner wird und auch mobil und das heißt das extrem viel arbeit wo du denkst eigentlich wäre doch so einfach ich müsste das doch eigentlich nur per drag and drop da rein machen und dann haben die leute angefangen page bilder zu erfinden auch für joomla und die haben unterschiedliche konzepte aber der der standard page bilder macht nichts anderes der sagt weißt du was das interessiert mich hier überhaupt nicht ich mache das bild hier rein und mache meine sachen da rein also hier ist mein bild da ist mein text und das mache ich einfach indem ich ein 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 system von vorlagen von funktionen programmiere die lade ich einmal und laden und hol mir die dann per shortcode und plug-in da rein das heißt ich schreibe da irgendwas rein und löse das im nachhinein auf in die seite geladen wird und weiß wenn da steht lade katzen bild eckige klammer vorne hinten dann lädt der katzen bild ihr erkennt ein problem wir sind eigentlich da wieder an den punkt angekommen wo wir uns mit dem joomla konzept von fort bewegt haben das heißt wir laden wieder alles hier rein und es gibt ja gründe dafür warum das so gemacht worden ist einer der wichtigsten gründe ist content zu steuern wir haben content management system und wenn ich das hier rein lade habe ich kaum noch eine chance das vernünftig strukturiert zu steuern da muss ich schon richtig tricksen wenn ihr euch teilweise page bilder anguckt wie wie quicks die die sicher super sind und sehr schnell sehr gute ergebnisse produzieren und dann denkst du so und jetzt mache ich einen kategorie block und stellt fest das geht gar nicht weil die ihren inhalt komplett in ihrem eigenen system verwalten und da ist gar kein kategorie block vorgesehen und die sind von diesem joomla workflow komplett weggegangen weil die ihre inhalte in ihrem eigenen system verwalten und wenn ich hier drinne etwas rein schreibe was ich einfach über html code auflöse oder über über ein shortcode auflöse und daraus html code mache wie greife ich dann auf die joomla benutzersteuerung zu wie sage ich denn der inhalt den ich hier sehr klar bestimmen kann über die benutzersteuerung wer dieses ding sehen kann oder nicht wie steuere ich das da es funktioniert nicht wirklich flüssig ob das in jedem anwendungszweck notwendig ist das das muss es jeder für sich entscheiden es gibt sicherlich viele tausende anwendungszwecke wo egal ist erst erstmal egal und das kann vielleicht entscheidend sein ihr programmiert heute eine webseite die ja morgen wachsen soll und heute ist das noch kein anwendungszweck aber morgen ist es einer und dann habe ich alles da drin stehen das heißt für mich muss das ding wieder komplett umbauen weil ich es nicht steuern kann und mit dieser problematik habe ich mich auch beschäftigt weil wir seiten hatten die die sehr schnell immer wieder in ihre grundstruktur verändert werden mussten da mussten möglichkeiten von inhalten rechts links oben drüber und hier noch was dazwischen und teilweise der kunde hatte eine idee und bevor wir mit unprogrammiertes templates fertig war hatte ich denn schon wieder die nächste idee und da habe ich irgendwie gesagt das ist zwar alles wir versuchen möglichst effektiv performant zu arbeiten und möglichst schnell zu laden und ohne großen wasserkopf dass wir irgendwas da reinladen aber wir kommen so einfach nicht weiter dazu war das was die da gemacht haben viel zu schnell es ging um events das sich immer wieder verändert habe es kam immer neue ideen habe ich gesagt gibt es denn ein system was mir die möglichkeit gibt nicht das zu machen hier den kram reinzuschreiben sondern das hier flexibel anzupassen so dass ich einfach sagen kann hier kommt jetzt eine position rein wo ich mein katzenbild laden kann da gab es schon sehr früh systeme wie artista das war das war so der erste template bilder da konntest du dir zusammen klicken die hatten vorlagen da konntest du zusammen klicken wie das denn aussehen sollte nett nett also wenn ich wenn ich das ergebnis davon sage dass in der community sobald das wort artista auftauchte jeder gesagt hat weißt du was da gibt es von uns keinen support weil der müll der da hinten an code raus kommt der ist der ist so schwierig zu handhaben die machen sachen die sind so schlecht das dazu führt dass andere dinge erweiterungen komponenten plugins nicht wirklich funktionieren weil die das mit ihren eigenen klassen überschreiben das funktioniert so nicht das hat viele natürlich geärgert weil es war für viele eine schöne möglichkeit ohne programmierkenntnisse relativ schnell flexibel templates anzupassen und dann habe ich halt geguckt und was gibt es denn anderes und dann kam eine firma die eine der ältesten template firmen im joomla universum ist die haben als eine der ersten angefangen joomla templates zu programmieren und zu verkaufen das war rocket team und die rocket jungs haben ein damals ein framework gehabt wie viele wo sie ihre funktionen reingebaut haben und das dann halt das framework geladen haben basierend darauf ihre templates programmiert was natürlich die sache vereinfacht wenn die funktionen in deinem framework hast so wie es alle gemacht haben da war jose mit mit dem warp und 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 die haben sich als sie die neue version ihres 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 frameworks programmiert haben überlegt naja was sind denn so die grundprobleme die wir aus dem support kennen wenn wir über unsere templates reden und was machen wir eigentlich die haben in ihre templates immer hunderttausend positionen rein programmiert wenn du dir die übersicht der position in den template angeguckt hast du sie doch was ist das ja ist das die sitzordnung von tante ernas hochzeit das weil da waren hunderte positionen drin die dann immer wieder flexibel wegfallen das heißt wenn du du hast dann vier top positionen wenn du nur eine drin hast war die volle breite wenn du zwei drin hast hat die hälfte oder dann hast du halt eine klasse mitgegeben dann war die zwei drittel also extrem komplex die haben im vorfeld alle anwendungszwecke bedenken müssen und hatten da natürlich irgendwann können wir das nicht vereinfachen und dann sind die auf ein system gekommen das nämlich genau das track and drop macht und ich zeige euch das am live system weil es weil es da einfach zu verstehen ist so jetzt muss ich darüber da sind wir was wir hier haben ist erstmal kurszeit ich kann das so gar nicht erkennen da muss ich mal gerade was anderes machen sorry an den video man jetzt töte ich dich wahrscheinlich ich muss das hier auch sehen so das ist besser das gentry system man könnte das einigermaßen erkennen was ich hier so mache ja das gentry system in seiner grundfunktion ist natürlich erstmal ein template die verkaufen auf fertige templates habe jetzt ein einfach mal so ein fertiges template genommen wo die dann auch tausend sachen fertig machen mit allen farben und allen varianten im grunde genommen ist es natürlich erstmal ein template dieses template ist aber sehr flexibel nämlich in seinen in seinen styles und dem was sie machen du kannst das haben wir gerade schon mal kurz gesehen hier sehr einfach in den verschiedenen bereichen die farben und die dinge anpassen indem du sagst also die base text farbe die soll jetzt nicht schwarz sein sondern die will ich in rot haben dann machst du das und dann ist es rot kann man jetzt auf dem monitor zumindest in der ansicht nicht viel erkennen und du sagst naja also im sub level will ich den text eigentlich eher grün haben beim menü dann kannst du das sehr anpassen das ist schon sehr flexibel aber das ist jetzt erstmal nichts anderes als irgendwie die farben und den ganzen kram anpassen das läuft alles über über scss und wird dann kompiliert und liegt dann dahinter dann haben die sections in diesem in diesem ding das heißt einzelne bereiche die du auch stellen kannst das ist jetzt erstmal nichts außergewöhnliches das eigentliche geheimnis ist das hier ich habe layouts diese layouts ich lege in der in der grundsätzlichen template programmierung fest was brauche ich denn für bereiche was was sind mir denn für bereiche wichtig diese bereiche kann ich bereits bei der template programmierung mit gewissen funktionen belegen wenn ich will und dann programmiert die durch gibt den namen und innerhalb dieser bereiche kann ich mich extrem frei bewegen in der konfiguration das heißt ich gehe hin und sage okay um auf top habe ich jetzt die system messages das heißt jede system nachricht die kommt taucht dort in diesem top bereich auf und folgt der formatierung des top bereichs jetzt will ich da oben aber noch eine modul position drüber haben ich möchte da irgendwas rein machen dann sehe ich auf der linken seite habe ich da steht positions und darunter particles zu den particles kommen wir gleich ich sage jetzt okay ich möchte diese modul position daneben haben dann schiebe ich die da rein und habe da eine modul position da kann ich jetzt einen namen geben und sage also dass das jetzt so langsam ist das liegt mehr an dem xmp als am system das geht auf dem live system deutlich schneller ich sage jetzt dass die position bild oben und füge das ein dann habe ich da oben eine position in meinem template das bild oben und kann dort jeden content reinladen aus dem normalen standard joomla umfeld der auf eine modul position geladen werden kann und das extrem flexibel jetzt stelle ich fest verdammte hacke das macht ja keinen sinn die system message rechts oben einzublenden daneben das bild das ist unfug das muss zwei reich sein also mache ich da eine seite eine reihe drunter und ziehe das so und habe das dann entsprechend hier und das kann ich in allen bereichen machen das heißt ich kann mir meine template struktur komplett frei zusammenbauen on the fly ja werdet ihr sagen das ist schön aber ich brauche auf der seite die struktur auf der seite die struktur auf der seite die struktur im normalen template umfeld würde dir sagen ja ich mache mir dann zweites template und lad oder zweiten template style und lad diesen template style jungs gesagt ja macht sinn bilden wir ab wenn ihr mal links oben schaut hier da oben da habe ich verschiedene sachen und was ihr hier seht sind template styles die im system selber heißen die outlines ja ich will die änderung nicht speichern heißen die outlines und zwischen diesen outlines kann ich hin und her schalten und kann die alle einzeln konfigurieren ich kann sagen okay auf der seite brauche ich rechts was auf der seite brauche ich links was hier brauche ich die position über und unter dem content das geil ist sogar ich kann content auf einer seite zweimal laden ich kann meinen inhalts text zweimal laden wenn es irgendeine funktion gibt ich habe meine seite gehabt da wollte ich den den content irgendwo anders laden wenn ich es mobil darstelle und habe die eine content position über bootstrap einfach ausgeblendet im mobilen und du bist extrem flexibel mit diesem system weil du alles an jede stelle laden kannst und um das einfacher zu machen kannst du zwischen diesen einzelnen template styles die die outlines nennen sogar vererbungen programmieren das heißt du sagst eine sektion in einem style ist die vorgabe und ich kann hier eine vererbung erzeugen und sagt das wird genauso dargestellt wie in dem style in dem moment wo ich es vererbe und wenn ich in dem einen teil was ändere wird es auf allen anderen styles sofort geändert das macht sinn zum beispiel beim menü das menü sollte ja im normalfall auf allen seiten gleich sein und die menü struktur ich habe ein logo oben links dann habe ich das menü und rechts daneben habe ich meine social icons und das sollte möglichst auf jeder seite gleich sein dann definiere ich das einmal und mache eine vererbung auf alle meine weiteren styles soweit verständlich das heißt also ich kann die ganze seite in ihrer gesamtstruktur komplett flexibel zusammenbauen und der vorteil bei dem was die sich ausgedacht haben ist die laden das nicht on the fly oder oder aktiv beim beim system laden sondern die gehen hin und arbeiten im hintergrund mit jammel und twig ist das ein begriff vielen ja das kann man ja mit mit wie nennen sich die sprachen ja es ist im grunde eine art von einfachem html und das ganze wird nachher kompiliert und erzeugt strukturen wie sie im joomla system auch vorliegen das heißt die gehen hin und aus dem was du hier generierst kompilieren die ein template das dem standard joomla workflow entspricht das ist ein joomla template das ist ein joomla style und wenn wir uns wenn wir uns mal den normalen style manager angucken bei den templates finden wir genau diese dinge da wieder das heißt einer der großen vorteile dieses systems ist die halten sich fast vollständig an den joomla workflow das heißt alles was passiert passiert im normalen joomla workflow der content bleibt content dein inhalt bleibt inhalt so wie er ist wenn ich morgen dieses gantry rausschmeiße und joomla lade ist der content der inhalt noch da und da ist nicht irgendwie tausend rubbish von irgendwelchen page bildern geladen die inhalte bleiben gleich die module bleiben gleich ich brauche halt nur wieder eine position wo ich sie hin lade aber all der inhalt und das ist halt auch der grundgedanke eines content management systems inhalt komplett von design und struktur zu trennen bleibt erhalten und ich habe trotzdem die möglichkeit das komplett flexibel zu gestalten und das da ich ja im grunde genommen nichts anderes mache als ein template zu programmieren auch sehr performant weil das kompilieren ist einmal erledigt wird im caching abgelegt und bleibt da solange bis ich das wieder lösche wir haben dann sogar einen umschalter wo dann steht produktion und live das heißt in der produktion wird beim seitenladen immer wieder gerade neu die css kompiliert und das template kompiliert damit ich nicht ständig wieder löschen muss und um dann die änderungen zu sehen und dann schaltest du auf live seite und dann wird es erzeugt und bleibt erstmal da und folgt den regeln des normalen joomla zwischenspeicherns und das macht eine performance aus also damit seiten zu bauen die im google page speed 99 im mobilen haben ist gar kein problem wenn man sich an die geflogenheiten hält und die die vorteile und die möglichkeiten des cachings nutzt das ist einer der ganz großen stärken des des gantry systems und deshalb nutze ich das so gerne weil ich bleibe im joomla workflow ich kann mich morgen für was anderes entscheiden morgen ein anderes template nehmen und das neu aufbauen dann haben die aber noch andere sachen eine der der geschichten die die meisten leute ja so ein bisschen ja aber der page builder hat den vorteil ich kann ja hier meine meine gallery rein ziehen und hier meinen slider und da sind die jungs hingegangen und haben gesagt okay machen wir auch prinzipiell kannst du ja jeden slider der im jet ist also in extension directive von joomla kannst du ja jeden slider überall hin laden wo du willst weil du kannst ein template ja komplett strukturieren das heißt wenn du sagst das ist ein cooles slider modul oder hier ist ein modul für einen kalender du kannst es nutzen die haben gesagt okay da ist dieses system auch für andere systeme gibt das heißt dieses gantry system gibt es unter anderem auch für wordpress müssen wir etwas haben die haben früher auch sehr viel eigene extensions programmiert und sind hingegangen und haben gesagt okay und wir bauen slider und das und hier und das haben wir gesagt wir müssen jetzt ein system bauen um es uns einfacher zu machen was auf allen systemen gleich funktioniert was im grunde genommen das dahinter liegende framework nutzt und damit funktionen generiert und das ist deren particle system funktioniert im grunde genommen wie ein modul basiert aber in dem fall wieder auf yaml und twig und ist somit plattform übergreifend möglich du kannst diese diese particles die die dann halt auch diverse funktionen haben wenn wir ins layout gehen kann man das mal demonstrieren wenn ihr auf die linke seite guckt und gibt es hier so eine so eine riege von von particles wie könnt ihr verstehen wie module mit funktionen da ist dann zum beispiel ein ein featured video system das kann ich jetzt mal reinziehen und da kann ich dann videos präsentieren und da haben die hinten funktionalität drin wie man videos lädt in der art galerie funktion da kann ich diverse sachen machen das heißt die haben diverse dinge funktionalitäten vorbereitet die ich dann per drag und drop entweder direkt in mein template ziehen kann das heißt da brauche ich gar keine modul position das ist dann wieder vom junior workflow weg das kannst du machen wenn du sehr schnell dinge machen willst und sehr schnelle seite erstellen willst die bestimmte inhalte hast dann kannst das flop flop da reinziehen und dann hast deine sachen fertig du kannst aber auch hingehen und diese particles ganz normal als modul nutzen dann hast du in der modulverwaltung einfach dann ein modul was erstmal von seiner ganzen steuerbarkeit auch basierend auf sprache auf benutzergruppen etc sich an den joomla workflow hält aber intern halt solch ein ein paar artikel hat mit seinen funktionen ich rufe das gerade mal auf hier das sind jetzt wie ihr seht wie ihr seht standard joomla geschichten da editierst du den inhalt dann extern hier und kannst diese sachen machen hat aber den 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 charmanten vorteil dass du wirklich das ganze basierend auf der joomla modulverwaltung dann benutzen kannst du kannst deine seite wenn du möchtest komplett im joomla workflow auf ausarbeiten kannst deine strukturen komplett frei bestimmen erhält eine gewisse performance weil wir uns wirklich an die weil gentry sich wirklich an diese diese joomla geflogenheiten hält und das auch straight durchzieht kannst aber trotzdem sehr frei agieren und hast dieselben vorteile und vor allen dingen du kannst nicht nur so arbeiten wie mit joomla modulen sondern du kannst bei freier strukturierung der gesamtseite komplett mit joomla modulen arbeiten mit allem was du im joomla umfeld hast und du bist nicht mit dem system verheiratet weil wenn du morgen ein anderes template installierst mit modulposition schiebst du diese module einfach schnell an die entsprechende position wie du sie hin haben willst und bist safe und hast wieder eine laufende seite das sind die stärken dieses systems es ist extrem flexibel performant und hält sich an die joomla workflow und an den workflow des cms und nutzt damit auch die stärken des systems joomla weil viele der dinge die wir haben im template system mit multi template systemen und so ist einfach extrem stark und mächtig im gegensatz zu vielen anderen systemen versucht man in wordpress multi template system zu machen das funktioniert nicht und deshalb finde ich deshalb ist das für mich eine entscheidung flexibel zu arbeiten und trotzdem da zu bleiben und für die zukunft auch gewappnet zu bleiben weil wenn die morgen sagen wir sind so reich geworden mit der scheiße wir machen einfach nicht mehr weiter dann kann ich auch mit joomla 4 weiter arbeiten weil mein ganzer content alles was ich habe ist noch da und ich kann ihn genauso flexibel weiter nutzen wie mit jedem anderen selbst 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 geschriebenen template und kann so weiter arbeiten wir können zwei sachen machen ich kann euch noch ein paar wirklich witzige sachen zeigen mit gentry oder ihr habt fragen erst mal eine frage ja weil die funktionalität dieses particles hast du aus dem framework ganz klar das ist ungefähr so als wenn du ein modul deinstallieren würde ist also also praktisch ein content modul die funktionalitäten nach dem deinstallieren ist weg klar natürlich die frage war wenn ich hier so ein modul anlege mit einem gentry 5 partikel ist dann nach dem deinstallieren von gentry der inhalt also die funktionalität weg ja ganz klar weil sie wird mitgeliefert in dem fall der vorteil ist hier genau wie beim normalen modul wenn ich wenn ich in einem page builder etwas etwas lade der page builder weiß ja gar nicht welche welche dinge jetzt auf der seite geladen werden weil das sagt ihm ja erst der html code sagt dem erst was er da reinladen muss das heißt der muss jede funktionalität erstmal laden der muss sein komplettes budget an funktionen laden um dann während des ladens zu sagen okay an der stelle brauche ich jetzt gerade die hier habe ich aber eine dezidierte funktion und der weiß genau ich lade diese funktion und der muss nur diese mitladen das heißt der braucht auf der seite auch nur das zu laden was er wirklich braucht das halt einer der vorteile auch dass ich in diesem modul system bin ja diese particles sind ja im grunde wie html geschrieben ähnlich und du kannst sie nicht per drag and drop und einfach sagen ich nehme jetzt eine zip datei und installieren die das funktioniert nicht aber das ist das schöne die jungs sind hingegangen gesagt das ding ist open source und zwar komplett es gibt das unabhängig von rocket team gibt es eine seite die heißt gentry.org und da steht das ding komplett frei zur verfügung mit zwei base templates steht für alle systeme die die haben die haben noch ein eigenes kleines text basiertes also file basiertes cms system das graph wo das auch funktioniert und da ist eine wunderbare dokumentation also wenn es ein projekt gibt von oder wenn es ein hersteller gibt der super dokumentiert sind das die da ist wirklich jeder schritt dokumentiert und da steht auch drinnen sehr genau beschrieben wie du diese particles von einem template rüber kopieren kannst du musst dann hingehen du nimmst dann die bestandteile des dieses particles lädst das in oder tust die files in einen custom bereich rein dieser custom bereich wird immer geladen und dann musst du halt ein zwei include sachen in deiner custom css machen und sagst ihm pass auf bitte lade diese css und dann lädt er die css von genau diesem particle mit rein und kompiliert es dann on the fly also das funktioniert das kann manchmal je nach partikel mit 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 der css ein bisschen mal irgendwo ein konflikt sein weil wenn du ein ganz altes hast aber ich habe es ehrlich gesagt ganz selten erlebt dass das es nicht funktioniert dass die css sich irgendwo bei ist aber das ist halt ein typisches problem wenn du zwei css hast die nicht von demselben gerade jetzt geschrieben worden sind es gibt sogar mittlerweile ein aftermarket es gibt firmen die nicht nur templates herstellen sondern die diese particles die eigene particles geschrieben haben und die kannst du dort runterladen und in das system installieren also wie wie module wie wie anforderungen es gibt noch einen ganz starken vorteil den du hast du kannst nicht nur moment standard joomla workflow geht nicht so einfach es gibt tiefer gehende funktionen wenn wir jetzt hingehen und haben unseren unser layout jetzt festgelegt für die seite und entscheiden jetzt auf dieser seite dass wir ein fixed header haben wollen oder ein bestimmtes javascript framework laden wollen dann kann ich mit den sogenannten atoms arbeiten atoms sind wie plugins ich kann sagen ich brauche jetzt auf dieser seite brauche ich ein fixed header dafür gibt es ein fertiges atom für das kann ich wie diese particles sehr einfach einbinden indem ich die dateien in den kastenbereich kopiere in include mache und sage lad bitte auch das für bestimmte sachen und dann kann ich diese atoms in jedem meiner bei ihnen heißt es dann outlines also sprich meinem template style einzeln laden das heißt ich kann für jede seite bestimmen und sagt also auf dieser seite brauche ich jetzt irgendwie hier ui core oder ich brauche bootstrap oder ich brauche ich brauche modtools sehr geil modtools immer gern genommen dann kann ich das da laden aber auch nur für diese seite ich muss mir den kram wie modtools dann nicht auf allen seiten antun weil sie grundsätzlich laden muss ich lad sie einfach da sehr flexibel mit und ich kann sogar auf auf jeder seite den eigenen google analytics code laden wieso funktioniert das jetzt nicht okay und kann auf jeder seite anderen google analytics code laden und hier den sehr einfach einbinden und das schöne ist es funktioniert wirklich on the fly und ich kann es einbinden und ich kann genau wie ich particles einbinde diese atoms einbinden mit verschiedenen funktionalitäten die die ähnlich wie ein plug in arbeiten aber eben dann nur auf der seite und das kann ich auch sehr flexibel einfach bei drag and drop machen und mit diese dinger in den seiten rein ziehen ich baue das einmal für eine seite und dann stelle ich fest also ein fixed header wäre jetzt auf der seite auch ganz geil da habe ich da mein atom ziehe das da rein lad das mit und lad das oder ich brauche es nur auf der frontseite auf den unterseiten brauche ich den fixed header nicht fixed header ist wenn das menü oben so sticky hängen bleibt und einfach scrollt und oben bleibt das menü hängen und das kann ich halt machen sehr einfach flexibel mit diesen atoms die funktionieren genau wie die particles nur dass die particles im grunde genommen das gegenstück zum modul sind und die atoms das gegenstück zu den plugins wo ich einzelne funktionalität mit reinladen kann das ist zum beispiel auch noch so ein ding und wie gesagt da gibt es firmen die mittlerweile das anbieten dass die so eine club mitgliedschaft da kannst du all deren particles und und atoms nutzen und da gibt es ganz witzige ideen es gibt zum beispiel ein atom für ui kit du kannst hier das ui kit reinladen und dann statt mit bootstrap mit ui kit arbeiten wenn du lustig bist das dann auch noch so ein kleines gimmick obendrauf und das auch wie gesagt ganz flexibel genau da wo du es haben willst entweder auf allen seiten oder nur auf der seite und die steuerungsmöglichkeiten bleiben halt gleich es gibt noch eine ganz witzige geschichte ich habe ein bestehendes template drin und ich würde gerne die funktion dieses templates also die die positionen nachbauen ich habe jetzt keine lust das alles komplett nachzugestalten also dieses protostar das hat so also ich habe das auf protostar aufgebaut und ich würde es jetzt gerne erst mal übernehmen und dann lege ich ein neues outline an wir haben gelernt outlines sind template styles und dann sagte worauf basierend willst du das denn machen auf einem der deiner bestehenden outlines oder auf einem deiner bestehenden templates und sage ich hätte das gerne auf protostar dann bestätige ich das und dann gehe ich zurück ins setup gucken wie er es genannt hat habe ich nämlich nicht darauf geachtet untitled sehr intelligent und was ihr da seht ist die template struktur von protostar mit all seinen modul positionen finde ich bin ich total witziges gimmick weil du kannst sehr sehr einfach da hat jemand eine einfache seite bisher auf auf einem standard template ist irgend template installiert und du willst es eigentlich erstmal übernehmen und dann mit dem in aller ruhe das ding weiter ausbauen gehst hin installiert das gantry und kopiert die einfach die komplette template struktur und dann kannst du noch schnell die farben anpassen über wir haben eben den style editor gesehen und kannst du das bestimmen kannst die fonts anpassen das system kann natürlich auch so sachen wie google fonts laden das hat lokale fonts die auch sehr einfach eingebunden werden können in die auswahl menüs und kannst aber natürlich auch google fonts nutzen die funktionieren von haus aus und dann kannst du die originale seite ruckzuck in drei sekunden nachbauen das ist zum beispiel ein ganz witziges gimmick was mir auch irgendwann später ist aufgefallen ist als man nach unten gescrollt und gesagt hey wieso steht denn da protostar wieso kannst du denn aus protostar was wählen und es ist tatsächlich so die kopieren einfach die bestehenden modul positionen das zum beispiel ein ganz witziges gimmick in dem system die auswahl an templates an fertigen templates ist riesig wenn du sie kaufen willst die jungs bieten einzel template an für ihre fertigen sachen aber und das finde ich eben auch schön sexy es ist anders als bei bei eu theme zum beispiel das war bei eu theme schon früher so wenn wenn du das warp aktualisieren wolltest musstest du das template runterladen hattest du keine aktive club mietgliedschaft konntest du dies nicht aktivieren dieses gantry 5 als framework ist komplett autark das wird über den joomla updater abgedatet und steht auch frei zur verfügung auf gentry.org als open source du kannst es selber mit weiterentwickeln wenn du willst oder du lädst einfach die aktuelle version installiert sie und wenn da jetzt keine riesigen breaking changes drin waren dann kannst du dein eigenes entwickeltes template basierend auf gentry auch weiter nutzen es gibt eine wunderbare dokumentation die man eigene template schreiben kann die haben aber auch eben base templates die relativ rudimentär sind was was die particles oder atoms betrifft da sind die wichtigsten funktionen wie bilderslider und so die sind da schon drin und du kannst es natürlich farblich auch frei gestalten aber basierend darauf kannst du halt eben dein eigenes template auch schreiben jammel und twix sind keine sehr komplexen sachen die versteht man relativ schnell ist und sehr einfach strukturierte sprachen selbst ein nicht programmierer guckt da rein und kann aus dem dingen rauslesen aber was machen die denn da du kannst aus den sektionen die wir machen die kannst du rüber kopieren und hin und her und so ein so ein partikel umzubauen ein neues feld rein zu bauen ist auch für nicht programmierer eine sache von einer halben stunde weil er einfach sehr schnell versteht wie die struktur ist aha da baue ich hier das kopiere ich mir einfach benennen das anders und in der ausgabe mache ich dann auch noch mal das feld rein und sag hier lad dieses feld und dann hast du im backend ein eingabefeld und gibst es im frontend aus unter der format unter der formatierung wie die anderen felder sind und ist halt ruckzuck gemacht da brauchst du kein php zu beherrschen css hast du dann ja schon bestehend und das funktioniert also auch relativ flexibel und schnell also das hat man eigentlich in zwei stunden verstanden wie sowieso jammel funktioniert und das ist sehr einfach ja habt ihr noch fragen ist das jetzt entsetzen oder ist das zufriedenheit also im aktuellen standard setup ist es so dass das ganze auf bootstrap weil es eben in joomla auch drin ist joomla liefert ja bootstrap im grunde aktuell noch vom frontend und im backend vollständig aus mit joomla 4 ist anders deshalb gehen die jungs mit bootstrap und du kannst mit einfachen den ganzen ganzen bootstrap klassen kannst du komplett arbeiten und kannst es ausblenden die sachen die menüs und sowas betrifft werden vom template gesteuert es gibt eine gibt eine sektion im template bereich die die steuern wenn ich jetzt mal ein anderes particle nehme dann dann gibt es da bereiche die in der template programmierung im grundsatz schon festgelegt sind das ist die off canvas section zum beispiel dort wird das off canvas menü also sprich dieses dieses wunderbare hamburger menü praktisch geladen und das kannst du sogar da kannst ein anderes menü laden kannst aber auch mit dem standard menü verbinden dass du gerne möchtest aber ansonsten folgt das natürlich den gegebenheiten die du dem template mitgibst das heißt du nimmst entweder die vorlagen aus dem standard template und da ist eben bootstrap drin aber du kannst alles andere so machen und anpassen wie du willst das ding folgt ganz klar den bootstrap vorgaben was die was die umbrüche was die die vorgaben eben an responsive verhalten ist du kannst dieses responsive verhalten aber auch noch einstellen du kannst ihm in den entsprechenden vorgaben muss es gerade wirklich noch mal nachgucken das war unter genau du kannst hier noch die breakpoints festlegen das heißt wo bricht das system um wenn du responsive arbeitest und kannst es hier für die einzelnen klassen die du aus bootstrap kennst auch festlegen kann sagen wo sind die umbruch punkte ganz frei also wir haben hier und das müssen wir festhalten kein kein komplettes drag and drop und der rest erledigt das ding du kannst das komplett flexibel gestalten das heißt natürlich auch eine verantwortung du musst das gestalten da sind vorgaben drinnen die funktionieren auch aber du kannst es sehr flexibel anpassen du hast die möglichkeiten du arbeitest wie mit einem normalen template aber eben frei und flexibel on the fly drag and drop unter den vorgaben von in dem fall bootstrap wie es mit jumla 4 wird kann ich euch noch nicht sagen aber das ist aktuell stand der dinge basierend auf bootstrap und dem verhalten von bootstrap und gibt dir den grid vor und so das war es jetzt glaube ich zeit ist um habe ich gehört schön dass ihr da gewesen seid ich hoffe ich habe euch was mitgeben können und meine begeisterung für das system habt ihr vielleicht ein bisschen gespürt ich mag sehr gerne ich arbeite sehr gerne mit es ist super flexibel aber es tötet mir halt nicht das was ich an jumla liebe nämlich den workflow und die möglichkeiten auch in der zukunft des beizubehalten danke euch